Der 501. war heiß, sandig, chaotisch und ganz anders als die Simulationen auf Kamino. Natürlich ging es uns allen so. Das ganze Heranzüchten, die ganzen Jahre der Ausbildung, das alles bereitet einen nicht wirklich auf die Schreie oder auf das Blut vor. Oder? Ehrlich gesagt, wundere ich mich immer noch, dass wir Stunde eins überhebt haben. Ganz zu schweigen vom ersten Tag. Hallo liebe Freunde und willkommen bei Star Wars Battlefront 2. Ein Remake für jetzt Konsole X plus, CSS und X. Ein Remake, vorher nur auf Playstation 3 und PC. Und wir fangen einfach mit unserem Training einfach mal an. Bis heute am 14. reingeschaltet worden, das konnte man sich vorbestellen. Und go. Ups, das schmeißt mal eine Granate. Waffenwechsel, so baut man. Okay, Waffenwechsel. Aha. So kann man sich ein bisschen duppen. Und jetzt dorthin. Die Sächse sind noch auf Deutsch, aber die Sprache ist auf Englisch. So, und da sind die, da sind Droiden. Da gibt's hier noch einen, da hat's noch einer. Na, Klapprückstelle. Und da hat ein bisschen Schaden getroppt. Wir haben Heilung. Es ist immer noch so, wie ich's kennengelernt hab. Ich hab's vorhin nur auf Playstation 3 gezockt. Das ist ziemlich lange her. So, zack. Hoppala. Das war dem Dorf ein bisschen zu nah. So, jetzt müssen wir einen Brückenkopf erobern. Und da kommen unsere Kameraden. Notion. Notion. So, und jetzt. Klasse wechseln. Den Klontechniker. Ah, so. Okay, jetzt müssen wir was reparieren. Ja, einmal das. Ah, jetzt geht's ab in einen Panzer. In A-T-T-E. In A-T-T-E. Okay, müssen wir jetzt mit Spindel eben dort aus. Nein. Da bin ich ein Spinnenkampf bei Weißer. Und das sind nicht möglich. Aber eigentlich ist das ein bisschen. Oh, was sie die? Was ist das, wenn ich nicht so? Okay, das nochmal, ich bin hier auch noch fertig. So, jetzt, zum, zu der Jet-Truppe, okay, das ist ein Holocron, das muss, und das ist dort oben. Ui, ups, das ist ein Teil der Stellung und bisschen, ein bisschen schwerfällig, boi, hoi, hoi, oh, tschuldigung, das wollte ich nicht. So, hab ausgeschlossen, ups, das wird für den abgeschossen. Oh, okay. Okay. Ja. da oben in diesem Bunker verschanzt, da müssen wir jetzt hin den Besitzer aufbauen. Hallo! Boing! So, jetzt spawnen wir keine mehr. Oh, da kamen wir eigentlich hier. Alles klar. Jetzt müssen wir... Hä? So, aber jetzt... Klon Scharfschütze. Drei Klappergestelle fertig. Da hat man ein bisschen Heilung. Funktion. Das ist klar. Okay, jetzt hat mich ein bisschen geduckt. Aber man kann sich nicht ganz hinlegen. Das war jetzt ein automatisches Geschütz. Ah. Entschuldigung. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Abbein erledigt. Und Geosiana, aber das fand ich unser hauptes Ziel. Bäh. Das war zu schräg. Zack. Ey, du Fliegevieh. Wird mal stehen. Halt doch mal. Mann. Hallo. So, da hat mir jemand mehr gekauft. So, jetzt aufzuschwärmen. Schwere Truppe. So. Schwere Truppe. Raketenwerfer, Plaster, Terminen, Plasterpistole und Thermaldetonator. Sehr schön. So. 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 Now take your rocket launcher and give one of those spiders a taste of some heavy fire. So. 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 jetzt bekommen wir einen Jedi. Ja, wir spawnen mal hier. So. So. Genau. Mal zerwind. So. So. Jetzt werde ich mir ein Stück werfen. So kann ich schlafen. So. Boim. Genau, auf dem Quadrat. So. 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 Wo. Ja. Wohooo! Wohooo! Ziel abgeschlossen. Wir müssen den CIS zurückkehren. Gehen über den Bunker nach dem Norden. Gehe. Gehe. Gehe, Gehe. Gehe. Son, man. Und die erste Schlacht gewonnen. Alles gesagt, damit wäre unser Training am Boden fertig.